. Willkommen im Sportballrache mit Matthias Hüblin. Grüezi miteinander. Willkommen bei uns im Studio. Und da ist das Gute dabei, dass das noch meine Freundin noch gleich angekündigt hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Applaus Und das ist das Gute dabei, dass das noch meine Freundin noch gleich angekündigt hat. Ich gebe Ihnen einen schönen Tag. Danke schön. Vielen Dank.